SINCE DAY ONE SOMETHING'S BEEN MISSING I KNOW IT'S TIME TO TRANSITION TO A NEW KIND OF WAY Ja, hallo! Und, verrückst du dich gerade, was ich wieder hier mache? Ja, mei. Ich gehe mal wieder los, aber wie man sieht, es ist noch dunkel draußen und es ist, ja, 3.20 Uhr, aber, ähm, ja, ich dachte, ich gehe mal wieder ein bisschen reisen. Nächstes Mal geht's im Monat nach Südafrika und wird natürlich wieder festgehalten, muss ja sein. Ich muss in 10 Minuten aber auch schon losfahren, also, ja, ich schaue, dass ich mich jetzt beeile und dann geht's direkt los. Ja, okay. Oh, der Kameraschei, Patrick. Also, ja, ich bin diesmal nicht wieder allein und man sieht mich wahrscheinlich sowieso gerade nicht. So, ja, wie man gerade gesehen hat, da, äh, der Typ heißt Patrick, kenne ich schon ziemlich lange und der ist mit dabei. Und er freut sich furchtbar gefilmt zu werden. So, also, man sieht schon, es ist deutlich heller geworden. Wir haben jetzt so, keine Ahnung, halb Sinne. Er ist immer noch total motiviert zu reden, also, ihn kriege ich schon noch dazu irgendwann. Ähm, ja, jedenfalls geht jetzt gleich der Flieger. Ich glaube, acht Minuten geht's dann Boarding los und dann, erst mal nach Amsterdam. Ja, aber nur kurz. Er hat seine Boarding-Karte eh nur bis Amsterdam. Er kommt wahrscheinlich eh nicht weiter. Also, wir sind jetzt mittlerweile auch schon angekommen in Südafrika, also Kapstadt. Mein gesprächiger Freund, da wird immer noch fünfer viel. Ja, ähm, ja, jetzt wird einfach nur Uber gesucht. Flug war total nice. Besten Filme überhaupt. Ja, nee, bin schon halt ganz normal. Zehn Stunden oder sowas haben wir jetzt unterwegs. Also, gesamt, glaube ich, sind wir ja heute schon saufroh aufgestanden. Und jetzt ist halt auch schon wieder Abend und es ist schon wieder saudonkel. Also, ja, geht schon klar. Und es wird direkt kalt, weil wir jetzt nach Hause gehen. Aber was auch echt lustig war, muss ich sagen, man kommt so in diesen Flughafen rein und es hat erst mal übelst nach Gras gerochen. Also, weil letztes Jahr wurde anscheinend Gras hier legalisiert in Südafrika. Dementsprechend, ja, macht das natürlich Sinn. Aber ich fand's schon lustig, dass wir direkt am Flughafen. Naja, also wir holen uns jetzt irgendwo ein Uber und geht jetzt erst mal schön ins Hostel. So, also wir sind jetzt schon am nächsten Tag, wie man sieht. Also, wir haben wieder hell. Ähm, waren heute auch schon ein bisschen unterwegs. Wir sind durch die Gegend gelaufen und sind jetzt hier tatsächlich am Tafelberg. Und genießen die Aussicht. Und genießen die Aussicht. Ah, schön. Ja, wir haben jetzt einfach bloß so eine City-Tour-Bus-Karte gekauft für, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Und ein bisschen anstrengend ist, fernladen zu laufen, aber auf jeden Fall nice. Vor allem das Wettbewerb jetzt richtig mit. Richtig geil. Hi, I'm Berggrills. Also, ich glaube, wir haben es jetzt auch bald geschafft und es ist schon gerade jemand entgegengekommen. Sie hat gemeint, irgendwie noch so 10, 20 Minuten. Aber es ist schon echt übel steil hier. Also, wir haben auch teilweise was gefilmt. Das ist, also, man geht ja teilweise recht hoch. Ja, richtige Kletterpassagen. Ja, aber die Aussicht wird immer geiler und geiler. Genial. Also, hat sich gelohnt. Ja, also, wir sind jetzt oben angekommen. Sieht schon, echt nice aus. Spitze erreicht. Jubeln von Patrick. I need to choose, need to decide, time to stand up, jump to the other side, one way to go, I won't go until I try, I need my soul to scream out, dreamer, 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 dreamer. Dreamer, 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 dreamer. I need my soul to scream out. I need my soul to scream out. Soll einer von uns filmen, wie der Flieger wegfliegt? Ja. Das ist eine gute Idee. Sie denken sich dann auch so, oh, voll cool gemacht. Warte mal, ich kriege den noch. Das war so nicht abgemacht. Hey, was hast du erwartet? Das ist richtig.